Und es geht los? Richtig, es geht los mit Hans Klingner, unserem Stehauf-Komödianten. Stehauf-Komödianten und man muss dazu sagen, wir halten den Druck immer hoch. Er ist einer der talentiertesten, besten, schönsten jungen Männer, die wir hier zu Lande und in Leipzig haben. Hier also für euch! Hans Klingner, großen Applaus bitte an den Übertragungsgeräten. Schnell, Mikro, Mic-Check, Mic-Check, 1, 2, 1, 2, oh Gott, das ist so. Ist das meins? Ja, kann ich das nehmen? Bitte gehe, bitte. Dankeschön. So, mal kurz preparen. Dann geht's auch schön los. Ist ein bisschen komisch, wenn ich hier gerade an meinen Mikroständer herumfummele. Mikro, ja, ja, Mikroständer. Ja, das war kein Lacher, du hast einfach nur mein Stück reingesprochen, vielen Dank dafür. Aber das ist auch schön, deswegen mag ich die Ilse, ich bin froh, wieder hier zu sein. Auch wenn es echt ein bisschen komisch ist, so ohne Publikum, beziehungsweise eigentlich, wenn ich mich so umschaue, ist die Ilse ja voller als sonst. Nein, natürlich nicht. Ich bin voller als sonst. Vor uns wurde schon gesagt, ja, ich trage hübsche Klamotten heute oder ich habe mich extra für den Abend angezogen. Nein, das habe ich nicht. Ich möchte nochmal kurz dazu sagen, ich trage diesen Onesie aus Solidarität mit allen, die draußen am Bildschirm sitzen. Und ich finde es ein Frevel, Ben und Ben, dass ihr in normalen Klamotten heute hier seid. Denn ich bin mir absolut sicher, dass 99 Prozent der Leute, die heute Abend hier zuschauen, entweder in Jogginghose oder zumindest nur in Unterhose vor ihren Bildschirm sitzen und sich das Ganze anschauen. Und da möchte ich natürlich auch Solidarität zeigen. Und an den 1 Prozent, an den 1 Prozent von euch, der meint, es ist vollkommen okay, in der Jeans gerade irgendwie vom Bildschirm zu sitzen. Nein, es ist nicht. Nicht in diesen Tagen. Es ist nicht okay. Zeigt Solidarität. Jetzt zieht die Hose aus. Jetzt zieht die Hose aus. Komm, los. Es wird langsam peinlich. Jetzt zieht die Hose aus. Gut. Okay. Alles klar. Leute wie ihr, ey. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass euch beim Kacken das Klopapier ausgeht. Sorry, ja. Bisschen offensive. Ach, was waren das für zwei Wochen, oder? Toller Frühlingsanfang. Ich habe so das Gefühl, dass seit der Kontaktsperre permanent Sonnenschein war. Die ganze Zeit. Es hat dauerhaft die Sonne geschienen. Und das ging mir ordentlich, ordentlich offensagt. Das muss ich leider sagen. Und das Schlimmste war, ich höre auch immer mal gerne Radio. Und da hört man immer zum einen die Moderatoren, die sagen, hey Leute, bleibt zu Hause. Und das ist auch vollkommen okay. Natürlich bleiben wir zu Hause. Das ist der ganze Sinn an der Sache. Na klar. Aber sobald der Wetterbericht kommt, wird dann immer wieder gesagt, hey, heute ist ein bisschen kalt, aber keine Sorgen. Morgen werden 17 Grad und Sonnenschein. Genießt das Wetter. Hey. Wie? Wie soll ich das Wetter genießen? Ich kann das Wetter nicht genießen. Ich kann nicht in Ruhe Netflix zu Ende schauen, wenn draußen die Sonne scheint. Ich kann nicht zocken, wenn mein Bildschirm permanent spiegelt wegen der Sonne. Es funktioniert einfach nicht. Okay, ich habe einen Hund. Ich muss ab und zu mal raus. Klar, muss ich. Und da kann ich die Sonne ein bisschen genießen. Aber die meisten haben nicht diesen Luxus. Das nervt. Aber eigentlich kann es mir egal sein, denn seitdem das mit dieser Krise losging, hat sich mein Tagesrhythmus komplett verändert. Eigentlich ist er komplett zerschossen. Ich gehe so nachts um drei schlafen, wache so 13 Uhr auf, wenn es gut läuft. Und ja, vorhin kam jemand zu mir und meinte, hey, es war Zeitumstellung, hast du es überhaupt nicht mitbekommen? Ich so, nein, habe ich nicht. Ich wusste nicht, dass Zeitumstellung war. Für mich ist jeden Tag Sonntag. Aber ich bin auch selbst dran schuld. Es liegt an meinem neuen Hobby. Ich trinke. Meinem alten Hobby darf ich nämlich nicht mehr nachgehen. Daumen catchen. Gegen Rentner. Ist nicht mehr erlaubt. Darf ich nicht mehr machen. Von daher habe ich angefangen mit Trinken. Und ich habe gemerkt, ich bin ein relativ guter Gesellschaft sogar. Immer wenn ich mit meinen Freunden telefoniere. Wir machen mittlerweile Videotelefonie. Das ist gerade das neue Ding. Finde ich auch ganz geil. Noch. Aber immer wenn ich die Frage, und was geht bei euch heute noch so? Ach du, ja, ich mache mir jetzt eine schöne Weinschorle. Oder ich trinke jetzt noch ein, zwei Bier. Oder, ach Mensch, ich habe ein bisschen Sehnsucht nach Schottland. Deswegen kippe ich mir einen kompletten Whisky rein. Alter, es ist 13 Uhr, verdammt, was soll das? Wenn das so weitergeht, da bin ich mir sicher, dann wird nach der Krise bei den anonymen Alkoholikern genau derselbe Zustand herrschen wie jetzt beim Supermarkt. Ewig lange Schlangen. Securities. Ich stand letztens 20 Minuten lang in der Schlange. Im Kaufland. Also vorm Kaufland. 20 verdammte Minuten, um da reinzukommen. Und als ich dann irgendwann vorne war, standen da zwei Securities. Riesengroße Atzen. Die haben so die Hand vor mich gehalten. Warte, warte. Nein, warte. Und dann durfte ich rein. Da habe ich so gemerkt, Kaufland ist das neue IFZ. Nur mit einer viel härteren Tür. Und auch wenn man dann drin ist. Ich war dann einkaufen und habe direkt gemerkt, es ist irgendwie nicht mehr so dasselbe. Es ist nicht mehr dasselbe wie früher, also vor drei Wochen. Es ist eher so wie Einkaufen gehen, ist gerade wie Real-Life Pac-Man spielen. Ist das mal aufgefallen? Man geht so ganz, ganz schnell die Gänge lang und krabbelt alles ein, was man so braucht. Alles schnell mitnehmen, mitnehmen und immer aufpassen, dass man niemanden dabei erwischt. Wie bei Pac-Man. Und wenn man doch jemanden aus Versehen anrempelt, während man durch die Regale gängt, dann ist man tot. Okay, man ist natürlich nicht tot, aber man muss zumindest nach Hause und sich 20 Sekunden die Hände waschen. Und wenn man die Reihenfolge beim Händewaschen vergessen hat, dann singt man dazu Afrika von Toto. Ich habe das mit den Hamsterkäufen generell nicht so ganz gecheckt. Jeder hat es jetzt mitbekommen. Das muss ich nicht nochmal aufmachen. Klopapier wurde gekauft. Mehl wurde gekauft. Und ich habe es wirklich schon vor vier Wochen das erste Mal gesehen, dass so neben mir, wenn ich einkaufen war, die Leute die Wagen voll hatten. Mit Klopapier und mit Mehl. Und ich dachte mir so, what the fuck? Die Leute wissen mehr als ich. Scheiße. Ich will auch irgendwas hamstern. Aber ich kann kein Klopapier hamstern. Warum? Ich weiß, dass es ewig hält. Aber irgendwas wollte ich hamstern. Auf irgendeinen Zug wollte ich mit aufspringen. Deswegen habe ich mir Ingwer gekauft. Ingwer. Haufenweise Ingwer. Eine riesen Wurzel. Ich habe eine riesen Wurzel Ingwer zuhause. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit tue. Und das Problem an Ingwer ist, es tut scheiße weh, wenn man sich damit den Arsch abwischt. Apropos. Letztens kam ein Freund auf mich zu. Natürlich mit Abstand. Zwei Meter. Klar. Und er meinte so, ich kaufe überhaupt kein Klopapier. Warum auch? Ich habe jetzt eine Arschdusche. Was? Ich habe eine Arschdusche. Das ist so ein Gerät. So ein mobiles Bidet. Nee. Wird dein Arsch nass. Und dann brauchst du kein Klopapier mehr. Das ist der Latest Shit. Hol dir sowas. Hol dir sowas. Ich habe mir so, wow. Okay. Hm. Irgendwie eklig. Aber es ist Wasser. Warum soll das eklig sein? Und auf irgendeinen Zug wollte ich sowieso abspringen. Warum nicht dann der Arschduschenzug? Klar. Deswegen habe ich mir so ein Ding geholt. Und man muss sich das so vorstellen. Das sieht ein bisschen aus wie eine zu groß geratene elektrische Zahnbürste. Da hat man am Handstück so eine Pumpe. Da ist Wasser drin. Da drückt man. Da geht das so ein Stiel entlang. Und am Mundstück, also am Arschstück, kommt dann quasi Wasser raus. Spritzt dann hoch. Und dann wird der Arsch. Ja. Dann dementsprechend sauber. Und man braucht kein Klopapier mehr. Ich kann nur jedem raten, der jetzt vor hat, das sich zu kaufen. Könnt ihr machen. Aber stellt es nicht neben eure elektrische Zahnbürste. Wenn man betrunken ist, kann man schnell mal Sachen verwechseln. Ja. Story of my life. Jedenfalls habe ich es probiert und es ist großartig. Es ist so angenehm. Es hat alles für mich verändert. Ich brauche kein Klopapier mehr. Ich bin im Himmel. Und ich habe so das Gefühl, wenn das alle machen würden, dann wäre das so eine hygienische Evolution, die auf einmal durch diese Krise stattfinden würde. Nee, ich würde sogar so weit gehen, dass es eine richtige Evolution ist. Homo erectus. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens mit Arschdusche. Das wäre doch schön. Das wäre doch eine Welt, in der man leben möchte. Und dann könnten wir irgendwann unseren Kindern und Enkelkindern sagen, oh du, früher, früher vor dem Corona-Krieg, da mussten wir uns noch einen Arsch mit Papier abwischen. Einfach so. Einfach mal zweimal drüber. Das hat schon gereicht. Wir hatten ja nichts anderes gehabt. Opa, das ist ja ekelhaft. Wieso? Wir hatten nichts anderes gehabt früher. Wir hatten nur Klopapier. Und dreilagigen Ingwer. Das hat gebrannt, die Scheiße. Das sag ich dir. Apropos Großeltern und Eltern. Mein Shoutout geht raus an alle, die die Kinder haben. Und im Homeoffice sind. Und quasi jetzt diese beiden Stapel im Prinzip handeln müssen. Respekt dafür. Ich könnte das wirklich nicht. Ich könnte es nicht. Ich wohne allein. Mit einem Hund. Und wir haben Lagerkoller. Wir haben absoluten Lagerkollern miteinander. Das ist zum Kotzen. Er ist ein kleiner, süßer, flauschiger Hund. Er heißt Watson. Absolut liebes Tier. Aber wir hängen halt die ganze Zeit aufeinander. Und das ist ein bisschen, naja, tense, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt gewohnt, dass ich normalerweise weg bin. Ich arbeite sonst in der Medienbranche. Da hast grad nicht so viel zu tun. Ich mach Homeoffice. Und deswegen hängen wir die ganze Zeit aufeinander. Und wir saßen auf dem Sofa und haben einen Film geguckt. Und vor ein paar Tagen. Susi und Strolch. Ich darf nichts anderes gucken. Der Hund entscheidet. Und der lag so neben mir. Und auf einmal hat er mich gekickt. Mit seinen kleinen Hundefüßen hat er mich einfach gekickt. Und ich hab immer so, what the fuck? Was soll das denn? Wieso? Warum? Und er hat mich dann angeguckt. So auf dem Rücken liegen. So... Richtiger Pascha ist der geworden. Und selbst wenn ich einfach nur durch die Wohnung laufe. Dann läuft der mir immer hinterher. Immer direkt an den Hacken. Wie so ein... Wie so ein flauschiger, süßer Schatten. Egal wo ich hingehe. Ob ich aufs Klo gehe oder Küche. Ist vollkommen egal. Und selbst wenn ich ihn ausbaure. Wenn wir stundenlang draußen sind. Und wenn ich ihn füttere. Bis zum Erbrechen. Dann... Dann setzt er sich den ganzen Tag mir gegenüber. Und starrt mich an. Er starrt mich die ganze Zeit an. Wenn ich am Rechner sitze und gerade zocke. So mal 10 Minuten. Und dann guck ich... Was? Er starrt mich in einer Tour an. Deswegen dachte ich mir. Okay, alles klar. Es geht so weit. Wir müssen irgendwas Neues machen. Wir müssen uns mal... Nicht trennen. Aber wir müssen halt irgendwie ein bisschen frische Wind in unsere Beziehung bekommen. Deswegen dachte ich. Gut. Gehen wir mal zum Tierarzt. Schöner Ort. Gerade für einen Hund. Machen wir mal einen Checkup. Denn wann sonst? Jetzt ist gerade die Zeit für einen Checkup. Ist doch super. Checkup gemacht. Bluttest. Alles okay. Die Ärztin meinte. Ja, machen Sie mal noch einen Urintest. So dreimal morgen Urin brauche ich von dem Hund. Da können wir uns das auch nochmal anschauen. Gib mir einen Becher mit. Soll ich voll machen. Und der Hund hat das ausgenutzt. Er wusste ganz genau, in welcher Position er sich jetzt gerade befindet. Normalerweise, wenn wir Gassi gehen zusammen. Dann hebt er einmal das Bein. Da kommt ganz viel Urin. Und dann ist es durch. Da wäre der Becher voll. Nach einmal. Einmal. Aber dann. Nachdem ich diesen Becher mit hatte. Hat er angefangen immer nur so tropfenweise immer Urin raus zu plätschern. Sodass ich wie so ein Pissparsche hinter ihm hinterher rennen musste. Und seinen ganzen Urin aufzufangen. Das war unangenehm. Und Leute haben geschaut. Was macht denn der denn da? Und ich so. Was? Das ist Hundeurin verdammt. Das hilft gegen Corona. Weiß man doch. Auf einmal hatte ich eine Traube von Menschen. Die mit ihren Kaffeebechern versucht haben meinen Hund zu melken. Ekelhaft. Deswegen ist es gut, dass ich heute hier bin. Da hat der Hund mal ein bisschen Me-Time. Einen Me-Evening. Kann er mal so Hundedinge tun. So Sachen die Hunde halt machen. Wahrscheinlich wird er durch die ganze Wohnung schlawenzeln. Und irgendwie alte Leckerlis oder Hundefutter irgendwas suchen. Und er wird fündig. Unter dem Sofa. Irgendwann landet er unter dem Sofa. Und da wird er mit seinen Pfoten die ganze Zeit so. Heckerli. Wie so ein Ex-Raucher. Der eine Woche abstinent ist. Und gerade ein Bier getrunken hat. Und so meinst du. Scheiße. Eine Rursch noch. Nur noch eine. Noch eine. Und dann sucht er auch die ganze Wohnung nach Tabak ab. Findet Tabak. Findet Papers. Aber keine Filter. Findet keinen Filter. Und dann sucht er auch die ganze Wohnung ab. Und irgendwann landet man unter dem Sofa. Und ganz in der hintersten Ecke. Und da ist ein Filter. Und dann geht er auch mit seinen Händen an. So. Ja. Ja. Filter. Hm. 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 Und zieht dann so raus. So voller Hundehaare. Und Schmock. Und Fusseln. Kurz pusten. Geht schon irgendwie. Rein in den Mund. Rochen. Hm. 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 Das wird mein Hund gerade machen, denke ich. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wenn ich nach Hause komme, er das Schloss gewechselt hat. Ist nicht unwahrscheinlich. Hunde sind nicht so doof, wie man denkt. Und er würde überleben. Ich habe Hundefutter tatsächlich im Vorort gekauft. Man weiß ja nie. Drei, vier Wochen würde er auf jeden Fall durchhalten. Aber was er nicht weiß. Er hat keine Daumen. Er hat keine Daumen. Er wäre niemals in der Lage, den Wasserhahn aufzudrehen. Versuch es doch mal, Watson. Versuch es. Du wirst es nicht schaffen ohne mich. Du wirst es niemals schaffen ohne mich. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Er ist ein super süßer kleiner Hund. Aber egal. Ich möchte auch ganz kurz mal ein paar positive Sachen nennen, über die man sich gerade in diesen schweren Tagen mal Gedanken machen sollte. Falls ihr es mal gesehen habt, die Sonne scheint ja ständig. Man sieht keine Flugzeuge mehr. Keine Kondensstreifen. Keine Chemtrails. Okay, das ist ein absolutes Desaster für die Aluminiumhutindustrie. Aber 300.000 Verschwörungstheoretiker haben keine Kopfschmerzen mehr. Und das ist auch was Schönes. Die Emissionswerte sind überall auf der Welt zurückgegangen. Die Karten dafür sehen großartig aus. In Venedig sieht man einfach mal Delfine. Weil das Wasser glasklar ist. Vorher war es eher so bierglasklar. Jetzt ist es glasklar. Und Delfine kommen wieder. Das ist toll. Und auch in Deutschland sieht man das. Dadurch, dass der Mensch weg bleibt, sieht man im Baumarkt wieder Mitarbeiter. Zögerlich. Natürlich. Sie sind immer noch scheu. Ich habe es selber noch keinen gesehen. Ich habe es nur gehört. Aber vielleicht werden meine Kinder oder meine Enkelkinder mal einen sehen. Und das ist doch was Schönes. Das ist doch etwas, wofür man sagen kann. Hey, wir halten das durch. Für so eine Zukunft. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Hier in der Ilse am besten. Gegenüber. Sodass ich in Ruhe spuckend reden kann. Ohne, dass es jemanden stört. Im Gegenteil. Sodass alle sagen. Oh ja. Speichel. Endlich. Corona-freier Speichel. Das wäre schön. Bis dahin wird vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall drauf. Haltet durch. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen lieben Dank. Das war's für mich. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.